Gesundheit ist unser Sinn und Zweck. Ich bin vielleicht nicht dein Fitnesstrainer, aber eines der 200.000 Gesichter 200.000 200.000 200.000 Gesichter der Fitnessbranche. Wir ziehen in dieser Zeit alle in einem Strang. Wir möchten denen danken, die unser Land am Laufen halten und ihre Aufgabe entschlossen erfüllen. Unsere Aufgabe war und ist Gesundheit. Wir helfen eben dabei, dass unsere Gesellschaft gesund bleibt. Denn Gesundheit ist unser Sinn und Zweck. Und wenn die Gesundheit auf dem Spiel steht, merken wir alle erst, wie wertvoll sie wirklich ist. Die aktuelle Situation stellt uns vor große Herausforderungen. Aber Herausforderungen helfen uns zu erkennen, was wichtig ist. Sie bringen neue Ideen und schaffen neue Wege. Wir besinnen uns auf das, was uns stärker macht. Auf das, was uns ausmacht. Was uns stärker macht, bist du. Bist du. Bist du. Du. Uns macht aus, dass du da bist. Und dafür möchten wir dir danken. Und wenn es dir möglich ist, bleibe bitte auch in dieser Zeit bei uns. So, dass wir auch wieder für dich da sein können. Sobald der Sturm sich wieder legt. Weil nur zusammen bleiben wir stark. Wir halten zusammen. Ein großes Danke nochmal. Danke dafür. Danke. 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 Danke, danke.